Herzlich willkommen zur Feenvorschau. Tinkerbell und ihre Freunde präsentieren Wolle-Käfer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, nachdem ihr jetzt wisst, wie das Spiel geht, wer von euch möchte anfangen? Was, keiner? Super, okay, bist du bereit, Käfer? Es geht los! Ich! Hab ihn! Oh-oh. Rosetta! Hä? Okay, wer von euch will der Nächste sein? Wenn ihr mehr über Tinkerbell und ihre Freundinnen erfahren wollt, klickt auf www.disneyfairys.de www.disneyfairys.de www.disneyfairys.de